Hallo, ich bin Katharina und ich bin jetzt seit fünf Tagen in Australien. Ich habe mein Studium abgebrochen, weil ich im März schon mal hier war und es einfach zu schön war und deswegen kaufe ich mir jetzt bald vielleicht ein Auto und fahre die Westküste hoch. Ja, das ist der Plan. Was hast du schon Geiles in Australien erlebt? Ich habe viele Pokémon gefangen und das war schon mein persönliches Highlight bisher. Und ich habe nette Leute kennengelernt und ich hatte heute meine erste Domino's Pizza. Seit langem war wunderschön. Das sind die Fotoskills. Nein, das ist wirklich sehr gut. Ich kann das gar nicht. Sorry. Wie lange bist du schon in Australien? Irgendwas zwischen drei und vier Monaten. Was war bis jetzt dein schönstes Erlebnis? Ich weiß nicht. Irgendwas, wo ich am Strand lag und nicht erkältet war. Was vermisst du am meisten in Australien? Meine Hunde daheim. Was möchtest du noch erleben? Silvester in Sydney. Und wie lange möchtest du noch hierbleiben? Ähm, ja. Also quasi jetzt noch sechs Monate. Ne, der hat ja zwölf Monate. Also acht Monate. Was würdest du neuen Ankömmlingen raten, wenn sie nach Australien kommen? Fangts net in Perth an, wenn da Winter ist. Was? Keep on falling. Falling in my bed. Bed. Und du lebst in der Großstadt, ja. Rap-Town, girl. She's living in Rap-Town. She's been looking for me. She's been looking for me. She's been looking for me. Kannst du mal diese Kamera weg tun ungefähr? Er weiß es aber auch nicht. Jetzt hörte die Story, wieso das Cider verloren gegangen ist. Ja, ne, das weiß ich ja selber nicht. Also ungefähr sechs Flaschen sollten noch da sein. Aber sind sie halt. Und mein Bier ist auch weg. Und das habe ich nicht getrunken. Ja, ich könnte dir, ich hätte ja eine Vermutung, ne? Deswegen wollte ich ja eigentlich vor allem mit dir shoppen gehen, aber du wolltest nicht. Ach so. Ich wollte da ein bisschen Klatsch austauschen. Das hast du aber nicht kapiert. Ach, scheiße. Ne, hab ich nicht. Ne, das hast du nicht nach Schweiß. Aber sowas von. Du stinkst allgemein. Aber könnt ihr das durch die Kamera riechen, das ist aber sowas von penetrant gerade. Ja, ich habe das T-Shirt, das war das einzige T-Shirt, was ich nicht hatte. Was ich noch über hatte, deswegen habe ich das nicht mitgewaschen. Nein, man riecht das nicht. Nicht? Nein. Soll ich meine Maul? Au, au. Fuck. Au. Ich nehme das mal und mache mal hier. Das ist ure Dummheit. Ich wollte eigentlich vor, dass du das Beißlein und ein Wachbild halten willst. Au. Nicht, dass du mich jetzt traust, weil das wäre ja alles unter Video befallt. Ich quäle dich jetzt. Bist du und geht nicht mehr. Das ist wahre Liebe, würde ich sagen. Und dann haben wir noch das dritte Rad aufgefahren. Ne, dann kriegt er voll die Dingsbums. Wir haben genug Bänder, wir können nicht festbinden. Ja, da müssen wir aber irgendwo hinfahren, wo nicht so viel los ist. So, weil... Ja, da musst du dich ein bisschen arrangieren. Ist das zu gut? Ich glaube, man sieht mich nicht. Doch, man sieht so ein bisschen. Wir machen jetzt eine erste Tour in Thomas' neuen Auto. Jetzt kann ich den noch so lassen, aber weil jetzt ein bisschen warm ist direkt. Wie viel hast du heute fürs tanken bezahlt? Ich glaube so 80, 90 Dollar. Und wie viel? Also war der leer? Komplett leer? Ja, so ziemlich, ja. Ich habe auch einmal für zu teuer getankt. Das war richtig dumm. Ich habe den halb voll gemacht bei 1,30 und dann den Rest habe ich voll gemacht bei 1,08 oder 1,08. Ah, okay. Und ich hätte den beim ersten nicht so voll machen sollen. Und das ist jetzt ein Benziner, ne? Ja. Ich meine, es sind immer wieder so schön. Ja. Ja, ich meine, Benziner sind ja nicht schlecht. Nicht schlecht. Natürlich nicht. Oh Gott, ist hier viel los, Annel. Das war jetzt eine gute Entscheidung. Ey, um 7 will ich wieder zur Hose sein, denn ich habe Pizza. Ja, keine Sorge. Das will ich auch zu Hause sein. Ach ja, was bei unserem Hostel richtig cool ist, ist, dass wir einmal in der Woche... Kein Partner zu haben. Ja, kein Partner zu haben. Ja. Aber definitiv. Was hast du denn für Equipment drin im Auto? Hallo. Hi Chris. Hey. Hey Guys. Ist das Video? Ja. Hey. Für YouTube. Ja, jetzt halt einschlagen, ne? Ja, ich will ja nicht fahren, ich gehe mit deinem Auto. Du fährst auf einen Randstein, aber das ist nur ein 2cm Randstein. Kannst da wunderbar fahren. Merkst du wahrscheinlich gar nicht mit deinem Teil? Merk ich auch nicht, aber doch, ja.